so sind gestärkt können weitermachen akku wird lang leider langsam auch leer toll ich setze hier die pfeile hoch und krieg jetzt nichts mehr komplett mal bei 4 stehen 10 komm letzter gewinn hier ja schade jetzt habe ich die pfeile oben was mache ich jetzt nachspeisen oder lassen komm probiere ich noch mal eine runde macht du mal gerade ich muss man ja kommt jetzt hier 30 euro drin und nicht einmal diese jackpot schanze du kannst das schlechter als ich jetzt beschweren sich wieso das so gut meinst du da liegt auch noch deine bifi versuche 1 schon mal gescheitert den pfeil zu kriegen nächster versuch den hammer 1 50 aber zusammen schon kaputt gedrückt die bifi war im kühlschrank die schmeckt nach nix geh dich beschweren für eine kostenlose bifi du hast das schon zum ich weiß nicht wie oft du dieses hattest dieses phänomen mit der ausspielungsmelodie also irgendwie drückst du ganz komisch ich bekomme nur sonnen ja damit die pfeile hoch kommen das sind aber ich komme nicht hoch na ich habe wenigstens beide pfeile und jedes mal nur so einen kleinen scheiß bekommen mit zwei hoch zwanzig cent welchen diese scheiß jackpot ach so jeder vier millionen zu dreh oder was ach so die meinst du ja keine ahnung wann die kommt oder ich hab keinen plan von dem ding ja endlich mal wieder startrücken das macht mir immer spaß das nicht ja 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 ich weiß nicht wie viele versuche denn noch braucht man endlich jetzt geht's los komm vier komm vier ne drei ist aber auch auf vier drei 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 ne 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 So, hier nachher ist für mich Feierabend. Ja, ich habe auch noch 82 jetzt, dann ist es auch für mich fertig hier. Ja, Akku ist auch fast leer hier. Für die Stundenanzahl, ja. Also, wir können uns nicht beschweren, sagen wir es so. Oder? Hat einen langen Spaß gehabt mit dem Geld. Na komm, mach einen Pfeil aus. Jetzt hängt mir das Bliefig zwischen den Zähnen, ey. Pass auf, Mann. Ja, ich glaube, den Pfeil, den kriegst du nicht mehr, oder? Ich überlasse dir mal das letzte Wort jetzt. Ja, hat Spaß gemacht, nie wieder zocken für mich. Haut rein in die Nasen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Wird euch aber auch nichts bringen, wenn ihr keinen macht. Weil ich mich, werdet ihr hier aufpassen, also eigentlich nicht mehr hier sehen. Also, genießt das. Selne Antinein. Ja, von mir auch noch einen schönen Abend dann. War auf jeden Fall lustig. Ich hoffe, der Unterhaltungsfaktor war wenigstens für euch soweit da. Ein bisschen was haben wir ja gemacht oder gerissen. Wenn auch nicht jetzt die Masse. Und wir begeben uns jetzt auch auf den Heimweg. Vielleicht sollen wir noch was essen gehen? Hast du Hunger? Nö. Ich hab Biefi gegessen. Was Biefi gegessen? Jetzt ist wieder die Sparzeit angesagt. Jetzt gibt's nur noch Trockenbrot. Ja, alles klar. So. Also. Haut da. Bis dann. Ciao. Auf den Hof nicht vergessen. Selne Antinein. Und Clubbingman 1980. 1980. 1980. Bye.